Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch ein paar Neuigkeiten aus der Standalone-Version der Colors PDF Toolbox zeigen. Dazu nochmals Farbauftrag hervorheben. Sie erkennen, hier ganz links unten ist ISO Coated, das eingebettete Farbprofil. Ich erkenne PDF X1A und ich habe das Seitenformat. Ich sehe auch ganz links, welche Anzahl Seiten im Dokument vorhanden sind. Es ist also eine Seite von 1. Wenn ich also ISO Coated V2 habe, kann ich davon ausgehen 330% Gesamtfarbauftrag. Wenn ich das eingebe, ist hier zu erkennen, wir haben an diesen gelben Stellen nicht mal 10% über dem Gesamtfarbauftrag, welcher für die Ausgabe als Ziel benötigt wird. Also diese Datei kann ich so sicher weitergeben. Optisch ganz schön dargestellt. Ich habe noch die Möglichkeit, hier wieder zurückzuschalten auf die reguläre Ansicht und ich kann dieses Fenster hier oben, diesen Menübalken, wieder ausblenden lassen. Gehen wir mal auf ein anderes Dokument und ich sage mal Prozessfarbauszüge hervorheben. Auch da kann ich sagen CMI-K-Kanäle und ich sehe nun, ob schwarzer Text hier wirklich im Schwarz liegt und das kann ich überprüfen, indem ich nun sage nur schwarzer Kanal und ich kann auch sagen CMI-K-Kanäle ohne Schmuckfarbe und ich kann sagen reguläre Seitenansicht. Über Anzeige kann ich jetzt Schmuckfarbenauszüge hervorheben oder ich kann das auch über diesen Modus Schmuckfarbauszüge hervorheben. Auf dieser Seite habe ich nichts. Des Weiteren kann ich sagen individuelle Farbauszüge und nun habe ich die Möglichkeit, die einzelnen Farbauszüge im Detail mir veranschaulichen zu lassen. Weiter, ich kann hier Bildauflösung hervorheben, das heisst Bilder mit einer Auflösung, die jetzt unter 225 DPI sind, die werden markiert. Hier ist es ein Inserat, wenn ich noch weiter heruntergehe oder besser gesagt hinaufgehe, dann werden schon mehr Bilder aufgezeigt, die meiner Ausgabequalität nicht entsprechen. Auch da farblich eine Art Wärmebild, die mir veranschaulicht, die gelben Bilder, die sind noch in einer annehmbaren Toleranz. Wenn ich jetzt aber rote Bilder habe, da bin ich weit unter dem gewünschten Ausgabeziel. Was haben wir noch? Sehr kleine Objekte. Die Sichtprüfung hat kein Problem gezeigt, also wenn jetzt Text zum Beispiel unter einer gewissen Größe ist und wir haben noch Sicherheitszone, da ist der Beschnitt noch definiert. Für mich ein absolutes Highlight, diese neue Colors PDF Toolbox 4.5 Standalone Version. Für mich ein absolutes Highlight, das ist der Beschnitt, das ist der Beschnitt.